Hey Natural Biohacker, was geht bei dir und herzlich willkommen zur Folge 201 des Natural Biohacking Podcast. Mein Name ist Robin, ich begrüße dich zu dieser ganz besonderen Folge, denn heute habe ich einen Gast, der es jetzt nach drei Jahren hier auf den Natural Biohacking Podcast geschafft hat und ich freue mich so, dir heute die Folge mit Maximilian Gotzler zu präsentieren. Maximilian ist nicht nur der Gründer von Flowgrade, einem der bekanntesten Biohacking Supplement Online Shops in Deutschland, er ist außerdem Initiator der Quantified Self-Bewegung in Deutschland und des Flowfest. Sein enormes Wissen teilt er außerdem in seinem Podcast der Flowgrade Show und auf seinem Blog unter flowgrade.de. Wir sprechen heute über seinen Weg vom Profi-Basketballer mit der Option in der NBA zu spielen zum Lifestyle-Unternehmer im Bereich Biohacking und Health. Du hast ganz viel lernen über Flow-Zustände und Techniken, wie man diese Zustände trainieren kann und einsetzen kann für sein Unternehmen, für Produktivität und für einfach ein geiles Leben. Dich erwartet ein spannendes Gespräch unter zwei Biohackern der ersten Stunde und viele Biohacks und Performance-Techniken zum direkten Umsetzen. Das ist super spannend, denn Max und ich haben wirklich gleichzeitig ein Buch damals geschrieben und bei mir war es der Biohacking Performance-Guide und bei Max Optimiere dich selbst Biohacking. Und nun hat er mittlerweile schon ein neues Buch geschrieben und zwar der tägliche Biohacker, was ich auch gerade selbst lese und wirklich begeistert bin. Und es ist so spannend, dass wir uns wirklich so den fast den ersten Platz geteilt haben, teilweise auf Amazon. Er war immer ein bisschen vor mir. Ich war dann direkt dahinter. Und ja, es ist so dieser Konkurrenzgedanke war immer irgendwie bei mir. Und aber wir haben das natürlich jetzt ganz weggelassen und haben hier ein ganz cooles Gespräch miteinander geführt. Wir haben uns über Clubhouse jetzt kennengelernt. Ich war auch häufiger zu Gast in seinen Clubhouse-Talks und er ist einfach ein super Typ und ich freue mich mit dir nun endlich dieses längst überfällige Interview zu teilen. Ich nehme dieses Intro übrigens das letzte Mal von der Schweiz aus auf und ab nächste Woche sind wir nicht mehr in Europa. Wenn du wissen willst, wo unsere Reise hingeht und uns begleiten möchtest, dann abonniere am besten jetzt direkt meinen YouTube-Kanal für Reise-Updates und Biohacking unterwegs. Den Link findest du in den Shownotes. Und nun möchte ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge wünschen. Teile uns gern dein Feedback zur Folge auf Instagram und schreib mir eine Nachricht und teile die Folge mit anderen Biohackern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt und ganz tolle Erkenntnisse mit der Folge mit Maximilian Gottsler. Maximilian Gottsler, so schön, dass wir uns jetzt endlich mal sprechen dürfen. Fast 200 Folgen Natural Biohacking Podcast und jetzt ist es soweit. Max Gottsler von Flowgrade ist am Start. Schön, dass du hier mit dabei bist. Erzähl gern noch mal ein bisschen mehr zu dir. Wir haben ja im Intro jetzt schon einiges gehört, aber vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen, der Community. Ja, gerne, lieber Robin. Vielen Dank für die Einladung und ja, ebenso von meiner Seite toll, dass es endlich klappt, nachdem du ja auch schon beim Flowfest warst und ja, in der Biohacking-Szene kein Fremder bist und wir mittlerweile ja auf Clubhouse auch uns regelmäßig ausgetauscht haben in den letzten Wochen. Und ja, gerne ein bisschen mehr zu mir. Also ich bin der Max Gottsler aus Weilheim in Oberbayern, dort aufgewachsen, bin im Basketball groß geworden und bin da mitten im Sportstipendium in die USA. Bin dann da als Psychologiestudent, also ich habe Psychologie studiert und später dann Verhaltensökonomik. Also ich bin eigentlich auch noch Volkswirt und habe dann mich immer eigentlich für das Thema interessiert, Leistungsoptimierung, ja besser ernähren, aber hauptsächlich aus der Sicht eines Sportlers und bin dann nach meiner Basketballzeit zum Lifestyle-Unternehmer geworden, so ein bisschen wie du und habe in Berlin ein Startup gegründet im Bereich Labordiagnostik. Das Unternehmen heißt immer noch Biotracker, tatsächlich. Mittlerweile ist ja unsere Marke Flowgrade viel bekannter und das Flowfest. Ja, und dann kam so eins nach dem anderen irgendwie. Der Schritt vom Leistungssportler zum Lifestyle-Unternehmer hat mich dann wirklich in komplett andere Welten gebracht und dann habe ich angefangen eben mit versendbaren Labortests, also wo ich mich den Finger gepikst habe, einen Tropfen Blut auf dem Filter, ins Labor geschickt habe, wir hatten dann einen Laborpartner und da bekamen wir dann recht viel Presse und das war eine spannende Zeit. Das war noch ein bisschen vor Biohacking. Ich weiß, ich hole jetzt lange aus, Leute, entschuldige, diejenigen, die mich nicht kennen. Nee, alles gut. Der ist super interessant. Das macht so ein bisschen Sinn, das aufzudröseln, weil wenn man sagt, ich bin Biohacker oder so, dann kann man sich erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Und ja, vor der Biohacking-Zeit war die Quantified-Self-Bewegung eigentlich so das Zentrale der Szene, sage ich mal. Und der Treffpunkt waren diese Quantified-Self-Konferenzen und ich bin da aus privatem Interesse da mal aufgetaucht in Amsterdam und habe einfach mal mich umgeschaut, dachte eigentlich erst, das sind Sportler oder irgendwelche High-Performer, die sich selbst vermessen und optimieren wollen. Und eigentlich war das überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, das waren sehr viele einfach nur Interessierte an verschiedenen Techniken etwas zu messen, also Mathematiker, Wissenschaftler, Ärzte, auch Sportler, auch Unternehmer, allerdings noch sehr nischig und sehr klein. Und da hatte ich dann tatsächlich das erste Mal den Dave Asprey kennengelernt auf einer von diesen Quantified-Self-Konferenzen. Und der Dave ist ja dann bekannt geworden durch den Bulletproof-Coffee, eben den Kaffee, den man mit Butter und MCT-Öl trinkt. Ja, und dann bin ich tatsächlich, da habe ich ihm dann mein Konzept mal vorgestellt. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann meinte der Dave, ja, ob ich kein Interesse hätte, seinen Kaffee in Deutschland zu verkaufen, weil er hat ja damals schon Produkte gehabt und er war so die bekannteste Lifestyle-Biohacking-Marke im Markt. Und dann, ja, vorgespult, so ein paar Monate später war ich auf einmal der Vertriebspartner von Bulletproof und habe neben den Labortests auch noch Produkte verkauft. Und die Leute dachten so, okay, warte mal, du machst Labordiagnostik und Kaffee, wie passt jetzt das zusammen? Und für mich hat das aber sehr zusammengepasst, weil das war so der nächste Schritt dieser Selbstvermessungsszene, so tatsächlich dann auch die Messungen verwertbar machen, die nützlich machen und in seinen Körper, in die biologischen Prozesse eingreifen. Ja, und dann habe ich mit Bulletproof allerdings sehr schnell viel größere Umsätze gemacht. Also das war dann als Unternehmer spannend zu sehen, so Labordiagnostik, es hat wahnsinnig viel Energie und Zeit rein, aber viele der Kunden meinten, ja, okay, Vitamin-D-Test schön und gut, mache ich aber beim Arzt, habt ihr nicht eine Empfehlung für ein Vitamin-D-Produkt? Oder habt ihr nicht irgendwie irgendwas, was ich nehmen kann, um gesünder zu sein? Also so ein bisschen das Problem Arzt und Apotheke. So beim Arzt wirst du durchgecheckt und bei der Apotheke kriegst du das, was du brauchst. Ja, und dann dachte ich mir, cool, dann machen wir jetzt eine Lifestyle-Marke noch nebendran, ebenso als den Shop, der dann auch Produkte verkauft. Und das war eigentlich dann die Geburt von Flow-Grade, das dann so entstanden ist, dass ich als Psychologe, Robin, genau wie du, sehr immer schon interessiert war an Bewusstseinszuständen, unter anderem den Flow-Zustand. Und kam dann zu der Idee, dass ich meinte, ich müsste Leute ja nicht wirklich upgraden, denn wohin willst du sie denn noch upgraden? Also wenn die Selbstoptimierung zum Selbstzweck wird, dann wird sie irgendwann schwierig. Und dann war die Idee, okay, wir könnten sie aber Flow-Graden, so in Flow-Zustände bringen, wo sie sich selbst vergessen, wo sie sich unglaublich wohlfühlen, so im Moment verlieren können. Und das war so die Geburtsstunde von Flow-Grade. Damals hatte ich noch einen österreichischen Künstler und Designer, der mir da geholfen hat und der unser schönes Logo auch designt hat. Und ja, und dann kam eigentlich so eins nach dem anderen. Dann hatten wir die Bulletproof-Produkte und die Labortests. Dann kam irgendwann die Idee auf, wir machen eigene Flow-Grade-Produkte. Das erste war tatsächlich Vitamin D dann, Vitamin D-Tropfen, weil wir den Test auch hatten. Ja, dann hatten wir auf einmal eine eigene Produktmarke. Dann kam die Idee auf, hey, wir machen ein Event. So das erste Flow-Fest, so eine Biohacking-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Da haben wir das, genau, Flow-Fest, die Marke auch geschützt tatsächlich unter Flow-Grade und das dann gemacht. Dann kam ein Verlag auf mich zu, die Münchner Verlagsgruppe, der Christian Jund, und meinte, hey, hast du Bock, ein Buch zu schreiben über Biohacking? Habe ich das gemacht? Dann kam die Idee auf den ersten Online-Kurs und so. Also nur so ein Eindruck, dass wir einfach in dem Bereich des gesünder Lebens, unser Produkt war eigentlich wirklich so eine selbstbestimmte Lebensqualität, haben wir immer gesagt. Das ist das Produkt. Also wirklich selbstbestimmen, was dein Körper umfasst. Von, von, sorry, von was für einem Zeitraum sprechen wir jetzt, wo du da gestartet bist damals vielleicht mit den Quantified Self-Konferenzen, damit die Zuhörer auch mal so ein bisschen einen zeitlichen Rahmen haben, weil du bist ja eigentlich so fast der First Mover im deutschsprachigen Raum, was das Thema Biohacking anbetrifft, oder? Also, ich kenne keinen wirklich, der davor war. Ich kenne ein paar, der Florian Schumacher zum Beispiel aus München, der war schon wahrscheinlich der Erste, der so Quantified Self versucht hat in Deutschland publik zu machen und ein bisschen bekannter. Wir waren damals dann, der Roland Gaba, die sind mittlerweile weitergezogen auch, der Brian Crane. Das waren so die Ersten, die eigentlich da mit mir dann in Berlin zusammen, wir haben uns ausgetauscht, wir waren so eine kleine Gruppe von Leuten und haben dann eigentlich mit Meetups gestartet. Das war 2012, 2013 sowas. Und ich weiß noch, 2013 habe ich dann angefangen mit meiner Business-Idee und 14 habe ich dann offiziell gegründet. Aber 13 waren wir eigentlich schon am Start, also um 12 hat es eigentlich so angefangen mit den ersten Experimenten und Sachen. Also auch schon fast acht, neun Jahre. Also schon Wahnsinn. Ja, ja, ist krass. Und wer hätte gedacht, dass es halt mal so abgeht. Ich meine, jetzt haben wir ja, Biohacking ist ja jetzt ein Begriff, den man eigentlich schon fast kennt, ne? Also jetzt, wo auch bei Netflix zum Beispiel irgendwelche Serien sind, wo Wim Hof zu Gast ist und so weiter. Also jetzt ist es ja auch Men's Health, so die Top-Biohacks gibt's. Und es ist eine spannende Entwicklung in den letzten Jahren in diesem Bereich entstanden. Und deswegen ist es so interessant. Aber wie bist du denn so zu diesem Thema erstmal gekommen? Du hast ja gesagt, du bist im Leistungssport unterwegs gewesen, warst auch in Boston, habe ich gesehen. Du hast eigentlich so die Karriere gemacht als Leistungssportler im Basketball. Und was hat dich dann doch dazu bewegt, ja, eher diesen unternehmerischen Weg einzuschlagen? Das war gar nicht so wirklich ein Punkt, den ich jetzt definieren konnte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist es vorbei und jetzt mache ich was anderes. Sondern eigentlich war es immer schon so ein bisschen schleichend, dass ich schon immer sehr neugierig war. Ich glaube, das ist so eine Sache oder ein Merkmal von mir, wo ich sage, das hat mich immer wieder in neue Bereiche irgendwie auch geführt. Und im Basketball hatte ich dann natürlich schon zeitweise die Ambition, boah, ja, ich will in der NBA spielen. Und war dann auch in der höchsten College-Liga eben in der NCAA in Boston, hatte auch einen Mitspieler, der dann tatsächlich in der NBA gespielt hat. Und also habe da eigentlich so meine Grenzen aber dann entdeckt und dachte mir, okay, die NBA will es vielleicht nicht. Und gleichzeitig war ich aber irgendwie zufrieden mit, wo ich hingekommen bin. Und dann hat so langsam angefangen, okay, aber was gibt es denn da noch? Was könnte ich denn irgendwie noch erkundschaften und so? Und dann ist eigentlich erst, das war vielleicht so ein kleiner Fehltritt, da bin ich dann nach meiner Boston-Zeit zu Hause gelandet, habe noch ein Jahr zweite Liga gespielt, Basketball und habe mich dann aber schon so ein bisschen umorientiert und bin dann nach Paris, um noch meinen Master zu machen. Und das war eigentlich so ein bisschen meine Auszeit. Da dachte ich mir, okay, also ich wollte einfach, ich habe mich da in Paris in so ein kleines Zimmer eingemietet bei einem Professor und wollte da einfach mal zwei Wochen verbringen und habe mich so in die Stadt verliebt, dass ich gesagt habe, da bleibe ich jetzt. Und bin dann da zwei Jahre geblieben und habe eben studiert nochmal in der Sorbonne. Und dann hatte ich mit einem Kommilitonen einfach die, für mich, Schnapsidee, dass wir Investmentbanker werden wollen, weil wir gerade das Buch gelesen hatten, The Wolf of Wall Street. Und das war noch vor dem Film mit Leonardo DiCaprio. Und das Buch, ja, beschreibt diesen Lifestyle. Und dann dachten wir, ach, wir sind jung und das kann man ja mal ausprobieren und so mal richtig hart arbeiten und dann aber hart feiern. Ja, und dann habe ich da angeheuert ein halbes Jahr bei einer Investmentbank in Frankfurt und CW Downer. Und das war auch, also ich hatte tolle Kollegen und das war eine gewinnbringende Zeit, aber ich habe sofort gemerkt, nach Tag zwei habe ich gemerkt, nee, der Job ist nichts für mich. Und ich habe einfach gemerkt, also für mich, ich muss raus, ich muss mit Leuten sprechen, ich will mich mit Gesundheit und Fitness beschäftigen. Also Themen, die ich auch aus dem Basketball kannte natürlich. Und ja, und so ist es eigentlich gekommen. Und dann bin ich nach Berlin, habe bei einem Startup angeheuert, Kochzauber, die die Lebensmittelboxen vertickt haben, so ein bisschen wie HelloFresh heute. Und da hatte ich dann auch einen Kumpel kennengelernt, der mich dann so ein bisschen eingeführt hat in diese Szene eigentlich, der schon interessiert war an so Konzepten Bodyhacking und Biohacking. Das war eher Bodyhacking damals noch, erinnere ich mich. Und da haben wir beide eigentlich so angefangen, halt einfach Supplements irgendwie zu nehmen und unsere Proteinshakes zu pimpen und mal Bulletproof Coffee dann zu trinken. Ja, und so hat das eigentlich angefangen. Und da habe ich mich echt zu Hause gefühlt. Und als ich dann zu den ersten Konferenzen da gefahren bin oder den Meetups eigentlich, das waren noch kleinere Events, da waren ein paar Leute, 30, 40 Leute. Und da merkst du dann aber, okay, warte mal, das interessiert mich, das finde ich irgendwie spannend. Es geht um Themen, in denen ich mich schon auskenne, in denen ich irgendwas machen kann. Und da habe ich angefangen, Vorträge vorzubereiten. Also da habe ich mich hin und wieder mal angeboten als so jemand, der einfach Vorträge macht bei so Meetups. Und habe dann einfach mehr und mehr, also das wäre auch mein Rat an jeden da draußen, so wenn du merkst, etwas fühlt sich gut an. Und du kannst es nicht genau erklären. Mach mehr davon. Also finde raus, was da ist. Irgendwie signalisiert dir dein Unterbewusstsein, da ist Gold. Aber du kannst es noch nicht genau rationalisieren. Und Leute sagen dir vielleicht von außen auch, boah, nee, das ist zu klein und das ist eine Nische und da lässt sich doch kein Lebensunterhalt verdienen. Aber irgendwas in dir sagt, nee, da ist was, schau dir das nochmal genau an. Und ich bin so froh mittlerweile, dass ich halt was gefunden habe, was mich auch so lange, auch durch die Tiefphasen, also die gab es natürlich auch, aber die dich so einfach an diese Schwellen bringt. Aber durch dieses innere Interesse und die Neugierde, da dabei zu bleiben, bleibst du dran und machst weiter. Und das bringt dich letztendlich dann, also ich glaube, woran die Leute oft scheitern ist, weil sie zu früh aufgeben. Ja, definitiv. Also bei mir ist das wirklich ganz ähnlich gewesen. Also irgendwann kam so dieses Thema Biohacking zu mir, so klassisch. Ich habe in einer Männergruppe damals in Zürich, habe ich mit ganz vielen Männern zusammen so Spiritual Practices gemacht, wir haben zusammen meditiert, wir haben uns zusammen gechallenged, haben auch, ja, da habe ich auch so die erste Business-Idee gehabt, so zum Thema Biohacking. Aber habe auch Biohacking erst mal kennengelernt und zwar durch die Wim Hof-Methode. Ja, weil der Coach, den wir damals hatten, der hat dann gesagt, hey, so, wir machen heute mal eine Atemübung, die ist richtig cool und das ist hier von dem Iceman und so. Ich habe das noch nicht gewusst. Okay, ja klar, mach mal mit. Und habe die dann gemacht und habe dann so gemerkt, wow, okay. Und ich war ja sehr viel auch so in der Party-Szene früher unterwegs und habe dann wirklich Flow, ich sage mal, ich habe den Flow-Zustand an den falschen Orten gesucht damals. Das war dann eher so in die Richtung Bio-Destroying. Und da habe ich dann aber gemerkt, okay, wow, du kannst mit deinem eigenen Körper und mit deiner Atmung so, so viel machen. Und was ist das denn? Was ist denn dahinter? Und ich glaube, wenn man dann zu Wim Hof kommt, dann kommt man auch ganz schnell so ins Biohacking rein. Und da weiß ich noch, ich glaube, auch du warst der erste im deutschsprachigen Raum, so auf den ich gekommen bin, den Blog gelesen habe und so weiter. Und das hat auch in mir, das hat wirklich auch in mir gearbeitet. Ich habe gemerkt, so Biohacking, Biohacking irgendwie. Am Anfang hatte ich immer noch so dieses Lifehacking drin und dann habe ich gedacht, nee, Biohacking, das ist der Shit. Und dann haben natürlich auch so viele gesagt, so, ja, aber das musst du mal erst erklären und so weiter. Weiß doch keiner, was das ist und so weiter. Willst du es nicht lieber anders nennen? Ich so, nee, ich finde den Begriff, ich kann gut mit dem Relaten. Und mittlerweile, ja. Übrigens, Lifehacking, BIOS bedeutet ja das Leben. Ja, ist eigentlich dasselbe, ne? Ja, genau. Aber es ist doch unterschiedlich, also du hast schon recht, es ist schon ein leichter Unterschied, weil du live, mit live verbindest du halt eher das oberflächliche Lifestyling. Richtig. Und das Biohacking geht eben schon mehr in die eigentlichen Funktionsweisen und Mechanismen des biologischen Lebens. Ja. Ja, definitiv. Und ich hätte auch nicht gedacht, in welche Richtung das geht. Ich habe gedacht, so, ich fange jetzt mal an, ne? Ich mache jetzt mal einen Biohacking-Workshop. Dann habe ich auch ein Buch geschrieben. Ich weiß noch, du warst immer bei mir auf der, auf dem ersten Platz. Ich habe dich nie überholt bei Amazon. Ich glaube, du hast es ja im Eigenverlag auch gemacht, oder? Ja, ja, ja. Self-Publishing, ja. Genau, ja. Das war super spannend, ja. Die Hilfe. Aber cool, ja. Und dann hat irgendwie jeder ein Biohacking-Buch geschrieben, ne? Ja, klar, die haben dann, wir haben sogar, ich glaube, der Verlag hat sogar ein paar Copycats verklagt, weil die offensichtlich plagiatisiert hatten, ja. Also da habe ich Gott sei Dank dann mich größtenteils rausnehmen können. Aber ja, da gibt es natürlich, wenn dann irgendwas Fahrt aufnimmt auf Amazon, Suchbegriffe oder irgendwas, da gibt es ja immer viele, die sich dann dranhängen. Aber es spricht ja für die Szene im Endeffekt, ne? Sodass da halt wirklich jetzt mehr Aufmerksamkeit auch in die Richtung fließt. Und das ist ja das Schöne dran. Aber das fand ich noch eine spannende Entwicklung auch. Ja. Ja, total. Also ich finde es auch voll cool. Und auch, dass wir jetzt mittlerweile so eine Szene haben, wirklich mit dir und dem Andi Breitfeld und dem Lutz Graumann und Simone Koch und aus verschiedensten Bereichen, eben auch aus dem medizinischen, du, der Natural Biohacker, so ich, auch Lifestyle-Biohacking, so aus dieser alten, so amerikanischen Schiene so ein bisschen kommend, der Andi Breitfeld mehr Richtung Tech. Und so bereichern wir uns alle. Also ich finde das total wertvoll. Ja, es ist eine sehr lebendige Szene. Und das finde ich auch so das Schöne dran, weil wenn du nach Amerika schaust, hast du ja auch die verschiedenen großen Biohacker, sage ich mal, wenn du jetzt Dave Asprey hast, Ben Greenfield, Tim Ferriss, die Aubrey Marcus, die ja alle so ein bisschen in anderen Bereichen auch unterwegs sind. Und das macht halt so eine Szene aus, wo wirklich du, ja, unterschiedliche Communities auch hast. Und somit ist der Lerneffekt auch irgendwie größer, finde ich. Mhm. Das sehe ich ganz genau so. Ja, lass uns ein bisschen zum Thema Flow sprechen. Ich glaube so, das ist ja auch dein Steckenpferd sozusagen. Und vielleicht magst du mal kurz auch den Zuhörern so deine Ansicht vom Flow erklären, vielleicht so eine Definition, die du für dich gefunden hast und wie du auch mit Biohacking vielleicht da auf einer täglichen Basis arbeitest. Das könnte dann so die zweite Themenauswahl sein. Ja, gerne. Also ich habe ja im Buch, der Flow-Zustand in beiden Büchern, aber vor allem im täglichen Biohacker ist, habe ich ein ganzes Kapitel nur dem Flow-Zustand gewidmet. Und das ist eben für mich auch als studierter Psychologe so eigentlich der Zustand geworden, den ich am meisten selbst gesucht habe und der mich auch am meisten fasziniert hat, weil er ja so flüchtig ist und sich so extrem gut anfühlt. Also er geht ja zurück auf, also meine ganze, mein Verständnis von Flow geht auf den, eigentlich den, wie man ihn nennt, den Vater des Flows zurück, Mihaly Csikszentmihalyi, den ungarischen Professor, der ja mittlerweile in Montana lebt, immer noch. Und ja, so Nikolaus Mann mit so einem weißen Rauschebart, ein ganz sympathischer Typ mit so hellen Augen. Und ich habe den leider bisher noch nicht getroffen. Ich hoffe irgendwie immer noch, dass es vielleicht passieren wird. Auf jeden Fall, ich habe mir von dem viel angehört und gelesen und habe seine Definition so ein bisschen übernommen als Flow, als der optimale Bewusstseinszustand oder die optimale Erfahrung. Und wie er Flow definiert ist als eine völlige Vertiefung in eine Aktivität. Und genau das unterscheidet den Flow von anderen Bewusstseinszuständen, wie zum Beispiel den meditativen oder den psychedelischen auch, dass es immer gekoppelt ist an eine Aktivität. Also beim nur da sitzen bist du nicht wirklich in dem Flow, zumindest nicht in dem Flow, den Csikszentmihalyi beschrieben hat. Wenn du allerdings spielst oder wenn du Yoga machst oder wenn du Rad fährst oder läufst oder schreibst oder irgendwas tust, dich auf etwas fokussierst und dann in diesen Zustand kommst, wo du Gänsehaut bekommst, wo du im Tunnel bist, wo du dich selbst vergisst, wo du merkst, das fühlt sich unglaublich an, ich muss jetzt da weitermachen. Auf dem Surfbrett stehst und so lange drauf bleibst, wie du irgendwie kannst. So, das ist der Flow. Und der ist natürlich auch wieder ein Spektrum. Also es gibt auch unterschiedliche Vertiefungen in diesem Zustand. Also wir sind vielleicht manchmal ein bisschen im Flow und manchmal total und so und vergessen komplett alles. Allerdings ist er sehr, sehr flüchtig und besonders in unserer Gesellschaft ist er nach Erhebungen auch den meisten Menschen vorenthalten. Also sprich, die meisten Menschen kommen, wenn überhaupt, nur ganz, ganz wenig in den Flow. Und warum ist das so? Weil wir für den Flow ein paar Voraussetzungen brauchen. Zum einen, Flow folgt immer einem Fokus. So, das wäre auch der erste Ratschlag. Wenn du in den Flow willst, so eliminiere alle möglichen Ablenkungen, Dinge, die dich irgendwie in irgendeiner Weise beeinträchtigen, deinen Fokus ziehen oder dich einfach von dem, was du eigentlich machen willst, abbringen. Und erlaube dich selbst, auf etwas zu fokussieren, dich in etwas zu vertiefen. So, das ist der erste eigentlich große Schritt. Und in unserer Welt, wir kennen es alle, so gehst du ins Handy, irgendwie sind wieder drei rote Aufpoppungen da und dann gleichzeitig noch ein paar Nachrichten und irgendwie eine SMS, WhatsApp und dann Instagram und dann gehst du automatisch auf Instagram, scrollst ein bisschen runter und abends schaust du dir dann noch irgendwie eine Netflix-Serie an. Und auf jeden Fall, es sind so viele Ableckungen da, die eben uns daran hindern, diesen Fokus zu erzeugen, um in diesen Flow zu kommen. Das ist ganz wichtig. Das andere ist, dass wir in einer Beta-Welt leben. Was meine ich damit? Ein Beta-Zustand, besonders ein hochfrequenter Beta-Zustand, ist eine sehr schnelle Hirnwelle im Beta-Bereich, also ein dominanter Beta-Zustand in deiner Hirnelektrizität. Und der ist eben genauso, wenn wir jetzt beide sprechen, wir haben bestimmt jetzt gerade irgendwie Beta-Wellen, die wahrscheinlich vornehmlich dominant sind. Und in einem hochfrequenten Zustand ist es fast schon ein gestresster Zustand. Das heißt irgendwie, dein Chef knallt dir noch was auf den Tisch. Du weißt, du musst heute irgendwie die Kinder vom Kindergarten abholen. Dann musst du noch einkaufen gehen. Dann musst du was vorbereiten für morgen. So, du lebst eigentlich die ganze Zeit in deinem Terminkalender und in deinen To-Dos. Und dann gleichzeitig musst du vielleicht noch überlegen, ob deine Frisur richtig sitzt und irgendwie ausschaust. Das heißt, dein Ego ist angeschaltet. Und das ist genau der Zustand, der dir natürlich nicht erlaubt, in so einen Flow zu kommen. Weil im Flow hast du eine dominante Alpha-Welle. Also eine langsamere Hirnwelle, die eher mit Tagträumen in Verbindung gebracht wird. Also wo du eben nicht gestresst bist. Wo du eher positive Emotionen fühlst. Und das geht dann einher mit diesem Fokus. Also das ist eigentlich erstmal anatomisch, dass dein präfrontaler Kortex in einigen Bereichen Aktivität zunimmt, in anderen abnimmt. Und eben das Ego so ein bisschen zurücktritt. Das heißt, du vertiefst dich in die Aktivität. Dann verlangsamst du deine Hirnwellen. Wirst auch empfänglicher für Frequenzen. Bist nicht gestresst. Bist eher relaxed. Und der dritte Schritt, der biochemische Schritt ist dann, dass du diverse Neurochemikalien produzierst. Also Endorphine, Dopamin, das Motivationsmolekül, das dir zeigt, ah, das fühlt sich richtig an. So, wenn ich dann schreibe und merke, ah, das ist jetzt richtig. Gut. Und der Körper produziert Dopamin und sagt, ja, mach weiter, mach weiter. Dann hast du Endorphine, die dir noch dieses Hochgefühl geben. Also hui. Anandamid, das dir beim lateralen Denken hilft und das gleichzeitig auch noch Cortisol drückt, also ein Stresshemmer ist. Und dann am Ende noch Serotonin am Ende des Zykluses. Also Wohlfühlhormonen im Prinzip. Also es fühlt sich wahnsinnig gut an, dieser Zustand. Er bringt dich dazu, eben bei etwas lange dabei zu bleiben. Vorausgesetzt, du wirst eben nicht gewaltsam abgelenkt. Ja, und dann hast du eben diese Kombination aus Anatomie, Elektrizität, Chemie, die zusammenwirkt und dich in diesen Zustand bringt. Und wenn du dann wieder auftauchst, dann merkst du, also jeder Tag, wo ich einen Moment hatte, wo ich eben so im Flow war, der war auf einmal wertvoll. So, weil du auf einmal einfach nur warst. So, dann bist du Robin. Dann bist du nicht mehr die Funktion, die du ausübst. Dann bist du nicht mehr irgendwie Biohacker, Schriftsteller oder Buchhalter. Dann bist du einfach nur du. Und das finde ich das Schöne an diesem Flow-Zustand. Und deswegen ist der für mich auch so zentral in meiner Philosophie geworden. Ja, kann ich wirklich nur bestätigen. Und ich finde auch immer mehr diese Zugänge auch zu diesen Flow-States. Und du sagst, es ist meistens etwas Flüchtiges. Was ich jetzt auch immer mehr gelernt habe, ist, dass ich es wie kultivieren kann auch. Aber dazu gehört Biohacking. Ich sage mal, wenn du Biohacking nicht machst, dann wird es schwierig, auch das Fundament überhaupt für so einen Flow-Zustand erst mal zu legen. Also musst du einfach in deiner Atmung, in deinem Körper, in deinem Lifestyle auch einen gewissen Zustand schon aufgebaut haben, um dann in diese Zustände zu kommen. Weil wenn du nämlich einmal in diesem hochfrequenten Beta bist oder in diesem Fight or Flight, dann muss man auch erst mal rauskommen. Das lernen wir ja nicht in der Schule. Wie machst du das jetzt, wenn du merkst, okay, jetzt ist es stressig gerade. Jetzt kommt noch ein Podcast-Termin nach dem anderen vielleicht. Du hast ja auch einen Podcast. Und du merkst einfach so, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen viel. Wie bringst du dich dann wieder in diesen Alpha-Modus rein? Also mein Konzept oder mein Weg, es geht auch wieder von Csikszentmihalyi ausgehend, also dem ungarischen Flow-Forscher, der mir auch ein Konzept der engagierten Unbekümmertheit näher gebracht hat. Und zwar, ich möchte das kurz erklären. Der Flow funktioniert wahnsinnig gut, wenn du zwei Komponenten miteinander vereinst. Und zwar Herausforderung mit Gelassenheit oder diesem Spielerischen. Also der Csikszentmi hat eine ganz interessante Studie gemacht an Kindern, die er bis ins Erwachsenenalter verfolgt hat. Und zwar hat er diesen Kindern einen Sensor gegeben, der ihnen achtmal am Tag eine Frage gestellt hat. Das hat er alle zwei Jahre wiederholt. Und diese Frage war folgende. Die Aktivität, die du gerade machst, wie fühlt sich die an? Und dann gab es vier Optionen. Nummer eins, es fühlt sich an wie Spiel. Nummer zwei, es fühlt sich an wie Arbeit. Nummer drei, es fühlt sich an wie Arbeit und Spiel. Und Nummer vier, es fühlt sich an wie weder noch. Und jetzt rate mal, Robin, welche von diesen vier Optionen wurde am häufigsten genannt bei den Kindern, die dann im Erwachsenenalter die höchste Lebenszufriedenheit hatten? Also Arbeit, Spiel, Arbeit und Spiel oder weder noch? Spiel, also Arbeit und Spiel zusammen, oder nicht? Genau, das genau so ist es. Da weiß ich, ich rede mit einem Flow-Hacker. Weil dir viele Antworten tatsächlich, also die meisten, die ich frage, die sagen immer, es ist nur Spiel. Und die gleichzeitig diejenigen, die am unzufriedensten waren, das waren so die Zombies, das waren die weder noch. Also die haben weder gespielt, waren noch besonders herausgefordert. Und dahinter verbirgt sich eben dieses Konzept für mich der engagierten Unbekümmertheit. Das bedeutet, jemand, der seine Arbeit als Herausforderung wahrnimmt, wie auch als Spiel, der begegnet dieser Aktivität ja mit vollem Einsatz und probiert rauszuholen, was geht. Zum Beispiel, du bist auf dem Freiplatz und kickst mit ein paar Freunden und strengst dich voll an, die sagen, boah, der Robin, der nimmt es immer richtig ernst. Aber nachher, egal ob du verloren oder gewonnen hast, kannst du mit denen ein Bierchen trinken gehen, ein glutenfreies und dann dich darüber freuen, dass ihr einfach nur Zeit miteinander verbracht habt und gespielt habt. Und genau das ist so das Konzept. Und das kann ich jedem empfehlen. So wenn du jetzt, sagen wir mal, am Schreibtisch bist und einen stressigen Terminkalender hast, wie kannst du, das ist meine Herausforderung an dich, das Ganze als eine Art Spiel verstehen? Wie kannst du dich vielleicht spielerisch herausfordern? So, okay, das ist jetzt der Tagesplan. Ich muss das und das und das und das machen. Ich gebe jetzt einfach mein Bestes. Ich mache jetzt einen Plan und ich führe den so gut wie möglich aus. Und egal, wie es am Ende läuft, so am Ende lache ich darüber, dass ich es nicht geschafft habe. So, und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, finde ich mega. Da kann ich auch noch eine Story sharen. Ich bin jetzt gerade auch in einer Zeremonie mit Pflanzenmedizin drin, jetzt über zwei Monate. Und da haben wir dann auch mal so einen Sharing Circle vorher und nachher. Und der Medizinmann, der shared dann einfach so ein bisschen seine Storys aus dem Dschungel und seine Weisheiten sozusagen. Das ist immer ganz spannend. Und er hat auch gesagt, es kommt immer wieder eigentlich auf eine Ebene zurück im Leben und das ist der Humor. Und wie kannst du mit Humor arbeiten, sodass du eben Arbeit und Spiel vereinen kannst? Das finde ich halt das Spannende daran. Aber den Humor, den verlieren wir eigentlich immer mehr. Weil wir dann immer denken, ah, es war wieder so ein blöder Tag heute und wieder nichts geschafft und riesige To-do-Liste und irgendwie habe ich nur die Hälfte davon hinbekommen. Aber wenn du dann eben so wie du jetzt rangehst und sagst, ja, ich habe alles gegeben und es war geil, dann mache ich halt morgen den Rest noch. Dann ist es halt viel schöner. Und ich glaube, Humor ist wirklich eine Medizin und es ist auch ein Biohack. Ich glaube, ich muss mal darüber eine Folge machen auch, weil den Humor, den verlieren wir viel zu schnell. Und der Humor ist auch ein bisschen ähnlich wie der Flow. Es ist so flüchtig manchmal. Und ich glaube, wenn wir den auch wieder kultivieren können, heute habe ich es erst in einem Talk gehört bei Clubhouse, in dem ich auch noch zu Gast war auf der Bühne, wo sie gesagt, was haben sie gesagt, einfach lächeln zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst. Ja, auch wenn es sich irgendwie komisch anfühlt. Ja, aber es bringt dir so, so viel. Und auch lächeln vielleicht, wenn du jetzt gerade mitten in Terminen bist und merkst, okay, jetzt habe ich noch drei Termine und der war jetzt irgendwie auch nicht so schön. Und naja, jetzt muss ich noch einkaufen, muss ich auch noch gehen und so weiter und so fort. Und dann einfach sagen, ja, ist halt so. Was willst du machen? Du, ja, ich sage immer, stell dir doch mal vor, du wärst irgendwie Schauspieler in einer Sitcom. So, die meisten Leute nehmen ihr Leben wahr wie so eine Dramaserie, wie so Grey's Anatomy und immer irgendwie was, dramatische Musik oder Suits oder irgendwie sowas. Und dann kannst du aber einfach mal probieren, stell dir mal vor, du bist irgendwie ein Charakter bei Friends oder How I Met Your Mother. Und die haben auch immer diese Probleme, aber dann kommt da immer irgendwie eine lustige Musik oder irgendwie ein Twist, das alles dann irgendwie relativiert. Und da ist, also jede Trennung und jeder irgendwie Schicksalsschlag, der wird da irgendwie natürlich sehr, sehr oberflächlich lustig dargestellt. Aber ich denke, das hilft manchmal einfach, sich das so vorzustellen und zu sagen, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, es klappt nicht immer alles. Und auch, weiß nicht, Joey bei Friends scheitert als Schauspieler die ganze Zeit und trotzdem ist er immer irgendwie gut drauf. So, da kann man manchmal so einfach versuchen, diesen Humor wiederzuerlangen. Ich stimme dir da komplett zu. Also ein bisschen Selbstironie und Humor generell auch, was sein eigenes Leben und seine Wichtigkeit angeht, die würde uns sicherlich gut tun. Ja, also Humor ist schon mal ein richtig guter Biohack, den wir jetzt hier schon neben den ganzen anderen rausgefunden haben. Du hast ja jetzt auch das Buch geschrieben, der tägliche Biohacker. Und was sind so deine täglichen Biohacks, um auch so in diesen Flow-Zustand vielleicht zu kommen oder auch so diesen Flow-Zustand zu reflektieren? Was sind so, was sind so deine, deine Routine? Ich will jetzt nicht, also du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Routinen und Rituale, aber vielleicht so das, was du wirklich über einen Zeitraum kontinuierlich immer machst. Ja, ich gebe ganz gerne mal eine Technik weiter, die ist auch nicht unbekannt, wurde auch schon, ich glaube, ich habe es ja das erste Mal gelesen in einem Buch namens Take Time. Und zwar geht es wirklich um Take Time, also nimm dir ein bisschen Zeit. Und zwar Time steht für eben Thankfulness, Gratitude, das T und bedeutet einfach mal so ein bisschen dieses, was du gesagt hast, fand ich sehr schönes Wort, dieses Kultivieren auch von positiven Emotionen. Das probiere ich tatsächlich wirklich, wenn ich morgens aufwache und dann erwische ich mich auch oft dabei, da kommt irgendwie eine Sorge. Den habe ich vergessen anzurufen. Oh, das muss ich noch machen. Der wird böse sein. Und dann denke ich, nee, falsch. Jetzt lenkt deine Gedanken auf irgendetwas, was positiv ist. Irgendwelche Menschen, die dir gut tun, irgendwelche Erfahrungen, irgendwas, auf was ich mich freue. Und das funktioniert immer besser. Also, wie du sagst, dieses Kultivieren. Und so, das ist der erste Schritt. Also T, Time, Thankfulness. Das Zweite bei Take Time ist Inspiration. Also nicht gleich ans Handy und irgendwelche Nachrichten anschauen. Also dich nicht irgendwie beschallen, nur um irgendwie diese Sucht, Nachhör, so ein bisschen Schock zu befriedigen, sondern so ein bisschen zu schauen. Das kann einfach auch nur mal irgendwie in die Ferne schauen, rausgehen und dich inspirieren lassen. Irgendetwas lesen mache ich gerade, dass ich mal so eine Kurzgeschichte oder irgendwas lese und einfach mal so, oder einfach mal manchmal nur da sitze und so ein bisschen rumspiele mit meinen visuellen Eindrücken. Das Dritte dabei ist Meditation, also dieses Meditieren. Und ich finde, man muss nicht immer da sitzen, im Schneider sitzen und irgendwie das so verstehen, sondern Meditieren kann auch bedeuten, ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich meinen Kaffee male. So, ich bin leidenschaftlicher Handmaler und wenn ich meine Kaffeebohnen irgendwie male, dann gehe ich gerne barfuß auf der Terrasse ein bisschen spazieren, auch wenn es kalt ist, manchmal auch im Schnee, wenn er da liegt. Und versuche da einfach so ein bisschen in meine Mitte zu finden, so einfach die erste Aktivität des Tages so meditativ zu machen. Ja, und dann der letzte Schritt, das E steht für Exercise, so ein bisschen Fitness, ein bisschen Dehnen. Ich habe früher auch immer rigoros irgendwie so ein Programm gemacht und musste mich immer ganz so eins zu eins an jeder irgendwie Technik halten und Methode durchführen. Mittlerweile sehe ich es so ein bisschen entspannter und versuche das so, ja ohne Stützräder, einfach mal zu sagen, okay, ich gebe mich mal einfach auf alle Viere am Boden, dehne mal meine Hüfte, die Hüfte öffnet durch, mache ein paar Ausfallschritte, einfach so eine Art Sonnengruß und manchmal, wenn deine Position sich irgendwie fast schon so wohl wehmäßig anfühlt, das kennst du sicher, wenn du eigentlich einen Schmerz hast, aber du merkst, ah, eigentlich fühlt sich das fast gut an, dann da ein bisschen länger bleiben, so mal in die Hocke gehen, ein paar Liegestütze machen. Ich mache eigentlich jeden Morgen immer so meine 20 Liegestütze. Ja, und dann ist mein Kaffee fertig, dann trinke ich meinen Kaffee und ich finde, das kann jeder machen, weil ich finde viel beim Biohacking, es muss nicht teuer sein. Klar gibt es einen Haufen coole Geräte, die du irgendwie verwenden kannst, um irgendwelche Lichtfrequenzen auf deinen Körper zu strahlen und da irgendwelche Prozesse anzuheizen und Supplements und so weiter. Aber die wirkvollsten Biohacks sind, und glaube ich, sind wir auf einer Linie, du natural Biohacker, die sind umsonst. So, das ist frische Luft, das ist Bewusstseinserhöhung, wirklich Reduktion von visuellen, kaltes Wasser, die Gedanken nach innen bringen, was lesen, was Gutes, Inspirierendes, ein gutes Gespräch führen, bewegen, Fasten, Fasten, super Ernährungs-Biohack. So, und bewusst einkaufen und konsumieren. Und ich glaube, wenn man das macht, dann bist du schon auf einem sehr, sehr weiten Level. Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute, die halt konkrete Probleme haben, Schmerzen haben, wirklich Entzündungen, die dann behandelt werden müssen. Da gibt es andere Methoden. Aber ich denke, das sollte so die Baseline sein, dass du einfach so ein paar Elemente in deinem Leben, also wieder bewusster machst eigentlich. Ich glaube, wirklich darum geht es, dass du dich nicht entfühlen lässt von irgendwie dieser stressigen Außenwelt und irgendwelchen Leuten, die versuchen zu sagen, was du noch alles haben musst und erreichen musst, um glücklich sein zu dürfen. Sich davon so ein bisschen zu trennen und zu realisieren, dass es alles bereits da ist in dir. Ich glaube, es ist auch ein Prozess. Also ich weiß es auch bei vielen Kunden, die ich habe, so die kommen meistens so zu mir und haben gesagt, ich habe jetzt die Technik ausprobiert, ich habe mir jetzt das Supplement geholt und ich habe jetzt das gemacht und so weiter, weil ich dorthin möchte. Und im Endeffekt, man lädt sich sehr, sehr, sehr viel auf. Das habe ich früher auch gemacht, eine riesige Morgenroutine gehabt und so weiter, alles mögliche da reingestopft, um dann aber wirklich irgendwann wieder zu erkennen, dass es wieder zu den Basics gehen muss und dass die Basics eigentlich sitzen müssen. Und das ist auch bei jedem Fitness-Trainer, wo du jetzt hingehst, jedem Movement-Trainer, der sagt dir, okay, die Hocke muss gut sein, du musst gute Klimmzüge machen, du musst dich richtig bewegen, du musst einfach so die Basics wieder verstehen und die richtig ausführen. Und wenn du das kontinuierlich machst, dann wirst du auch Erfolge davon tragen. Und das macht Spaß, es geht schneller auch und du hast einfach Arbeit und Spiel wieder zusammengebracht. Und das ist ja das, worum es geht, in diesem Flo-Zustand zu sein. Aber ich glaube, am Anfang ist es meistens so, dass man sich sehr, sehr viel Wissen reinnimmt, Wissen, Wissen, Wissen. Und ich sage immer, wir sind ja im Informationsalter gewesen, meiner Meinung nach. Jetzt kommt das Transformationsalter. Das heißt, dass wir die ganze Zeit, das Wissen haben wir ja alles hier drin in unseren Handys. Und jetzt geht es wirklich darum, die Sachen auch umzusetzen und das zu finden, was uns auch gut tut. Ja, vielleicht bist du ja nicht der Yoga-Mensch, vielleicht bist du ja nicht der Typ, der jeden Tag einen Handstand macht oder der sich vegan ernährt oder Carnivor ernährt. Vielleicht bist du ja irgendwie einfach du. Und dann ist so die Frage, wie findest du raus, was dir gut tut und wie machst du das dann? Wie kannst du das dann auch in deinen Alltag einplanen? Ja, finde ich, bin ich total mit dir auf einer Wellenlänge hier. Sehr schön. Die Natural Biohacks, ja. Das Gute ist auch kostenlos. Ja, cool. Yes. Also ich finde es so super spannend, so mit dir zu sprechen einfach und dieses Thema Flow weiter zu erörtern auch. Jetzt gibt es aber auch so ein bisschen, vielleicht zum Schluss können wir noch darauf gehen, so diese Makro-Flows. Und das ist ja das, wir haben es vorhin schon mal kurz angeteasert, auch die Arbeit vielleicht mit Breathwork, die Arbeit mit Psychedelics, die Arbeit mit so Sportarten, Extremsportarten. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, so diese, wo du dann einfach so in diesen Flow-Zuständen bist, aber die dann nicht flüchtig sind, dann schon ein bisschen länger vielleicht auch sind? Ja, ich meine, das ist natürlich ein sehr starker Flow-Trigger, wenn dein Leben auf dem Spiel steht, weil dann versucht deine Biologie, dich natürlich so weit alle Sinne zu amplifizieren, um wirklich dir die größtmöglichste Möglichkeit zu geben, nicht zu verunglücken. Und das passiert natürlich sehr, sehr gut bei den Extremsportarten. Also viel Flow-Wissenschaft wurde auch gewonnen von dem Studium der Extremsportarten und auch im Militär. Also im Militär hat man auch Sniper-Schützen zum Beispiel mit transkranialer Stimulation so den präfrontalen Kortex ausgenockt und die dann trainieren lassen und festgestellt, dass die halt viel schneller lernen. Also da gibt es ganz spannende Erhebungen aus diesen Bereichen. Ich persönlich habe eben bis auf den, so in the Zone nennt man das so, als Sportler, als Basketballer, in wichtigen Spielen auch, wenn irgendwie viel auf dem Spiel steht, dann hast du schon diesen, dann musst du einfach präsent sein. Und das zwingt dich irgendwie da hinein. Ich finde das auch immer ganz spannend, dass vor so wichtigen Spielen einfach du dann, also dein ganzer Körper, du hast dann irgendwie auch vorm Spiel irgendwie nicht mehr, du wirst ja nicht krank mehr oder so. Das heißt, irgendwie der Körper hindert dich dann daran irgendwie etwas, außer es ist wirklich was Ernstes. Aber du bist dann in der Lage einfach zu performen. Der bringt dich dann in diese Lage und eben diese Gefahr, diese High-Risk-Environment, so glaube ich hat es das Flow-Genome-Project genannt, das ist ein sehr, sehr starker Flow-Trigger. Jetzt natürlich jemand, der sich sicher vor seinem Schreibtisch irgendwie fühlt, der hat natürlich das nicht. Also wenn du jetzt kein Snowboarder bist, der irgendwie eine gefährliche Piste runterfährt, dann hast du das so natürlich am Schreibtisch eher weniger. Deswegen ist der Flow-Zustand da auch nicht so intensiv oder vielleicht sogar so ein bisschen anders. Ich habe mich auch in der Hinsicht ein bisschen geöffnet, dass ich sage, wahrscheinlich ist dieser Flow-Zyklus, der so pauschal beschrieben wurde, als dieser, okay, das Hindernis überkommen, den Release in den Flow und dann die Recovery, dass der unterschiedlich abläuft. Ich habe da auch mit einem Neurowissenschaftler aus München gesprochen, der meinte, also ein Flow-Zustand auch bei Biathleten wäre wohl ein ganz anderer als bei Surfern, also Hirnwellen-technisch. Bei Biathleten zum Beispiel, die laufen ja und dann schießen die und dann beruhigen die recht schnell ihren Herzschlag und dann sind die ja auch in so einem Fokus-Flow. Aber er meinte, die haben wohl andere Hirnwellen-Muster als so ein Surfer. Das ist ganz spannend. Und gleichzeitig jemand, der natürlich am Schreibtisch arbeitet, glaube ich auch, dass das eine andere Flow-Erfahrung ist, die eben nicht getriggert wird durch Lebensgefahr. Vielleicht ein bisschen durch Stress oder durch eine Deadline, glaube ich, kann das auch passieren. Aber dass es da eher wirklich um diesen Feedback-Loop geht. Dass das Feedback, dieses, okay, ich fange an, ich beginne, es fühlt sich gut an und ich komme immer tiefer hinein. Man arbeitet sich so rein. Wohingegen, wenn du irgendwie in der Natur bist oder auch an einem Berg kraxelst und so und dann wirst du so richtig geschockt von, okay, wenn ich jetzt einen falschen Griff mache, dann stürze ich 20 Meter in die Tiefe. Das ist spannend. Ich persönlich bin da nicht so risikofreudig, was mein Leben angeht, weil ich doch recht tollpatschig bin, Robin. Leider hindert mich das daran. So ein bisschen. Ich fahre gerne Ski. Same here. Ja, da habe ich das auch. Aber so richtig, so Bingsu-Jumpen oder sowas, das habe ich mit 3D-Brille gemacht. Aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Ich bin ja auch noch zwei Meter groß. Das heißt irgendwie, ich habe so Dimensionen, wo ich nicht so einfach damit davonkomme, wenn Masse auf Masse trifft. Ich kann da nicht so leicht ausweichen. Ja, okay. Man hat ja so seine verschiedenen Ansätze auch. Also ich bin da auch jetzt nicht in Extremsportarten so unterwegs. Also was ich eben gemacht habe, ist mit Pflanzmedizin experimentiert. Und da ist es eben so, dass du diesen Safe Heaven hast oder diesen sicheren Rahmen einfach auch, wo du diese Erfahrung machen kannst, aber wo sich eben viel im Bewusstsein vor allem abspielt. Wo du dann auch an diese sogenannten Nahtoderfahrung oder Ego-Death und sowas rankommst, aber dich nicht irgendwo von einer Klippe springen musst dafür. Und bei beiden Sachen geht es aber, glaube ich, darum, auch die Sachen richtig zu integrieren in deinen Alltag. Ja, weil ich bin immer so der Meinung, der Flow-Zustand ist auch wie mit dem Eisbaden. Ja, am Anfang ist es so, ist es irgendwie hart und irgendwie fühlt es sich nicht richtig schön an. Mittlerweile so nach vier Jahren Eisbaden sitze ich dann da im See und kann wirklich so in diesen meditativen State gehen. Und ich glaube, das kannst du mit einem Flow-Zustand auch machen. Wenn du ihn immer mehr kultivierst, immer mehr einbaust, auch mit Biohacking natürlich richtig arbeitest, eine gute Ernährung hast, viel Licht, frische Luft, Atmung und so weiter, dann kannst du diesen, ja, wie so ein Seed setzen. Und dann wächst daraus eben so die Pflanze oder der starke Baum irgendwann. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, auch diesen Baum zu haben, der auf der einen Seite zwar standfest ist, aber wenn ein Sturm kommt, sich halt mit dem Sturm mit bewegt und mit den Jahreszeiten mit bewegt und ja, und so einfach in diesen Lebensfluss kommt. Und das finde ich immer ein ganz schönes Bild. Aber lasst uns gerne langsam in die Zielgerade einwegen. Ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr viele weitere Interviews zu den unterschiedlichen Themen machen. Vielleicht machen wir das ja auch noch. Und ja, unbedingt. Ja, ich liebe das dann auch. Das ist immer noch schöner. Vielleicht beim Flow-Fest wieder. Mal gucken. Ja, aber gib uns doch noch mal so einen kleinen Einblick jetzt, wie jetzt dein Abend auch aussieht, so zum Schluss. Ja, so zum Abschluss. Vielleicht hast du da auch so eine Routine, wo es dann mehr so in Richtung Entspannung geht auch, so in Richtung Schlaf geht? Ja, ich gebe dir gerne zwei Versionen. Die eine, wie er tatsächlich aussieht und die andere, wie er aussehen sollte. Weil auch ein Biohacker macht nicht immer alles richtig. Es fällt mir schon auch wirklich schwer, weil im Moment ist es so, dass ich auch jetzt während Corona dann auch immer hin und wieder doch einen Abend alleine war. Und ich finde es dann echt auch schwierig, einfach zu sagen, okay, ich mache mir irgendwie beruhigendes Licht an und schaue, also lese ein Buch und mache mir einen Tee. Und das wäre wahrscheinlich das Klügste. Ein bisschen meditieren, vielleicht noch eine Atemsession machen, ein bisschen Yoga. Hin und wieder mache ich das auch. Oder ich sogar irgendwie mehrmals die Woche. Aber dann doch, manchmal ist es auch so, dass mich wirklich so eine Einsamkeit überkommt. Und ich einfach nur Stimmen hören muss. Ich mir wirklich tatsächlich irgendeine Sitcom anmache, nur im Hintergrund und mir dann was köchle. Einfach nur, um die Stimmen zu hören. Und dann schaust du dir dann doch irgendwie eine Serie an. Und es gibt ja viele gute Serien auch und gut gemachte Serien. Und dann bin ich auch oft da doch noch vor einem Bildschirm. Was ich allerdings eben probiere, das ist eben so ein bisschen der Vorteil des Biohackings. Wir haben ja so unsere Methoden, dass ich zum Beispiel eine Blue Blocker trage. Abends. Also eine Brille, die eben Blaulichtstrahlung rausfiltert, dass ich, dass alle meine Lichter hier, die sind schon sehr atmosphärisch. Also die kommen von unten eben. Ich habe keine, die oben schalte ich nicht an abends. Und es sind alles teilweise sogar noch echte Glühbirnen, die halt mir ein angenehmes Licht zu Hause machen. Ich mache mir gerne so ein bisschen Jazzmusik, irgendwas Beruhigendes an. Ich gehe auch gerne nochmal abends irgendwie vor die Tür und atme ein bisschen. Und dann, was ich gerade wieder ganz gern mache, ist Mouth-Taping über Nacht. Also ich habe so Tapes von einer Firma, die nennen sich Somnifix und klebe mir nachts den Mund zu. Das hört sich immer sehr wild an für diejenigen, die es nicht kennen. Allerdings ist es ein super Hack, um eben dich dazu zu bringen, mehr durch die Nase zu atmen. Und keine Sorge, das Tape ist nicht so fest und da ist ein kleines Loch in der Mitte, das dir eben erlaubt, im Notfall dann doch durch den Mund zu atmen. Und wenn du dann durch die Nase atmest, wird mehr Stickstoffmonoxid ausgeschüttet, was deine Gefäße zum Weiten bringt und auch dem Tiefschlaf zugute kommt. Und dein Hirn eben durch die erweiterten Gefäße schneller reinigt von den Giftstoffen. Und das finde ich echt ein ganz netter Hack. Also ich habe echt das Gefühl, dass ich da immer erholter aufwache. Ich konnte es noch nicht so wirklich nachprüfen mit dem URA-Ring, also meinem Schlaftracker. Aber das ist so eine Technik, die finde ich gerade wieder sehr spannend. Ja, und sonst probiere ich schon, also immer mein Ziel ist doch immer so zwischen irgendwie 10.30 Uhr, 11.30 Uhr ins Bett gehen. Also das merke ich einfach, da habe ich weniger Jetlag-Effekt dann. Und oft mache ich mir auch noch so eine goldene Milch zu Abend. Da haben wir dann sogar ein eigenes Produkt, weil ich es unbedingt haben wollte, gemacht mit Flogrid. Und zwar ist das eine Gewürzmischung eben aus Ingwer, Kurkuma, schwarzer Pfeffer und Zimt. Und ich gieße es gar nicht mit Milch auf eben, sondern mit heißem Wasser tatsächlich. So ein bisschen Bulletproof-Style. Noch ein Schuss MCT-Öl rein, ein bisschen Kollagenprotein. Und das ist ein super geiler Schlummertrunk. Und das trinke ich immer noch ganz gerne abends. Okay. Hey, vielen Dank für die Einblicke. Also das mit Mouth-Tapping muss ich auch mal probieren. Das habe ich jetzt schon öfter auch gehört, dass es richtig gute Benefits haben soll auch. Also danke nochmal für die Erinnerung, lieber Mats. Gerne. Und wo können sich jetzt die Leute mehr so zum Thema Flowgrade, Flowstate und natürlich auch zu dir Informationen holen? Ja, also der beste Weg ist wirklich, dafür habe ich es ja geschrieben, das sind ja meine Visitenkarten, also meine zwei Bücher. Die kennst du ja. Und die kriegt man überall, wo es Bücher gibt. Oder eben auch bei uns auf der Webseite auf flowgrade.de. Und das ist eigentlich so gerade die Anschlaufstelle. Es gibt auch maxgotzler.de, die gerade ich auch ein bisschen mehr aufbaue. Aber Flowgrade, das ist eben mein kleines Lifestyle-Unternehmen. Und wir haben Produkte, Inhalte und Events und treiben uns da in diversen Bereichen rum. Und da findet man recht viel. Also wer Lust hat, mal in unsere kleine Flowgrade-Welt einzutauchen und ins Biohacking und mal sich anzuschauen, was ich so alles gemacht habe, der findet alles auf flowgrade.de. Wie Upgrade, aber mit Flow. Sehr schön. Upgrade mit Flow gefällt mir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für die Insights, die du geshared hast, die täglichen Biohacks morgens, mittags und abends. Habe ich auch wieder sehr, sehr viel mit rausnehmen können. Und ich freue mich schon auf das nächste Interview, hoffentlich in Person oder den einen oder anderen Clubhouse-Talk. Und wie immer das letzte Wort, der letzte Satz gehört dir, lieber Max. Vielen Dank. Also ich sage ja immer zu meinen Leuten, aber bevor ich das sage, nochmal vielen Dank an dich. Und Robin, ich finde es total cool, dass du auch bei Clubhouse so aktiv warst, dass wir uns da ein bisschen auch noch näher kennengelernt haben, obwohl wir uns ja schon auf diversen Events rumgetrieben haben. Und ich danke dir für deine wertvolle Arbeit, für das Voranbringen unserer gemeinsamen Lebensphilosophie, unserer Idee, wie es aussehen könnte, wenn man einfach Leute davon überzeugt, dass natürlicher zu leben sinnvoller ist. Und deswegen hier ein Danke an dich und jetzt an alle Zuhörer und Zuschauer. Go for Flow! Yes. Sehr schön. Mach's gut, mein Lieber. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. um uns einfach zu zeigen, dass diese Tools und Techniken auch bei dir angekommen sind. Mit deiner Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts hilfst du uns vor allem, diese wichtigen Themen noch mehr in den Mainstream zu bringen und den Natural Biohacking Tribe auszuweiten. Ich bedanke mich und wir bedanken uns natürlich vor allem für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und wir hören uns bereits in der nächsten Folge nächste Woche von der anderen Seite des Globus. Sei gespannt und stay focused. Aho! Bis zum nächsten Mal.